Hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord. Sicherheitskurse annehmen, rauchen einstellen und nun macht es euch bequem und überlassen alles andere. Ja, ein wunderschönes Hallo da draußen. Es ist mal wieder soweit. Wir gehen on Tour mit unserer Eliseo 50 mit Blue Boy. Werd jetzt mal runter in die Tankstelle fahren, werden noch einen Kollegen abholen und dann fahren wir Richtung Mönesee. Ich hoffe, wir schaffen das zeitlich noch. Und werde mich dann im Laufe der Tour wieder bei euch melden. Ich sage Tschau und Bye Bye bis zwischendurch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir sind jetzt ungefähr so 10 Kilometer vor Mönesee und wir sind jetzt gerade hier auf der Höhe so ein bisschen die Aussicht genießen. Der Frank, der ist auch noch neben mir. Und ja, wunderschönes, herrliches Wetter, wenn ihr da draußen auch mal mitfahren wollt, seid ihr gerne mal eingeladen mit eurem 50er. Und ja, da können wir schon zu zweit oder zu tot schon fahren, ne Frank? Ja. Sag mal hallo. Hallo. Ja, da sind unsere zwei kleinen Speedys. Was haltet ihr Speedys? Unsere 2,50er. Blackboy und Blueboy. Ja, wir fahren dann mal gleich weiter. Frisch und Mönesee, dann werden wir uns ja gleich noch mal. Bis zum nächsten 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 Mal.